Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal ein ganz anderes Video. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute kommt keine 5 Runden Karriere, heute einfach mal ein ganz anderer Upload, ein ganz entspannter Upload und zwar möchte ich euch einfach so ein bisschen erzählen, was auf diesem Kanal die nächsten Tage passiert, wie die Streamzeiten sind. Wir haben jetzt feste Streamzeiten, Uploadzeiten und so weiter und so fort. Wie ihr seht, haben wir gerade eine andere Kamera. Es ist nicht die Hauptkamera, weil ich hier am Reaction Setup sitze. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ja, es ist bald soweit. Es ist bald soweit, das neue Formel 1 kommt raus und natürlich machen wir uns sehr, sehr, sehr viele Gedanken allgemein zu der ganzen Sache. Ich muss das hier mal nach oben ziehen und ich möchte euch einfach jetzt mal sagen, was die nächsten Wochen und so weiter und so weiter auf euch zukommt, weil viele fragen auch, ey, das neue FIFA kommt, was hast du allgemein mit diesem Kanal geplant und so und jetzt kann ich euch das einfach mal so ein bisschen sagen, weil ihr ja auch merkt, TikTok und so weiter, allem drum und dran, fängt gerade an wirklich zu laufen und deshalb möchte ich euch einfach mal so ein kleines Update geben. Schreibt mir gerne, gerne eure Meinungen in die Kommentare, weil sowas finde ich natürlich sehr, sehr wichtig, damit ihr jetzt wirklich auch mal wisst, was ist das hier für ein Kanal? Also finde ich jetzt hier nur Formel 1, kommt jemals wieder FIFA, manchmal kommen Reactions und so weiter. Das werde ich euch alles sagen. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr auch sehen möchtet, das ist mir ganz arg wichtig und das würde mich sehr, 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 sehr stark freuen. Ich wünsche euch jetzt aber viel Spaß beim Video. Let's go! So, wir fangen jetzt aber erstmal an mit den allgemeinen Upload-Zeiten. Ihr seht wahrscheinlich jetzt gerade ein Bild, da seht ihr, dass die Video-Upload-Zeiten ganz normal von Montag bis Samstag bleiben, sprich sechs Stück die Woche um 16 Uhr und die Stream-Zeiten beschränken sich auf Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, circa ab 21.30 Uhr, außer Sonntag ist der Stream spontan. Es kann natürlich auch mal sein, dass es 22 Uhr ist, aber ich versuche, also allgemein, ich versuche aber diese Zeiten immer einzuhalten, Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, die werden zu 99% genau so ab jetzt auch immer sein. Dienstag, Donnerstag, Samstag nicht und ab wann startet es? Logischerweise für euch ab morgen. Wir haben ja heute Dienstag, für euch startet es dann ab morgen, meine lieben Freunde. Was wir in den Streams machen, dazu kommen wir gleich. Und allgemein in den Videos. Und das war mir jetzt erstmal wichtig, das anzusprechen. Jetzt ist es aber erstmal, glaube ich, auch relativ wichtig zu sagen, was kommt überhaupt auf diesem Kanal. Ihr wisst, hauptsächlich machen wir Formel 1. Das wird auch so bleiben, so an sich. Aber warum kommen ab und zu Reactions? Der Hauptpunkt ist natürlich, ich mache das, auf was ich Lust habe. Das ist ganz, ganz klar. Wir machen den Streams nicht nur Formel 1. Aber Uploaden möchte ich fast nur Formel 1. Es wird aber Reactions geben. Es wird ganz normale Reactions geben. Ich möchte auf gut Deutsch, um euch so ein kleines Beispiel zu geben, so ein Kanal wie bei den Teasy, Teasy 2 oder Poorski, der Poorski-Kanal. Die haben ja ihren Haupt-FIFA-Kanal und dann noch so ein 2-Kanal, wo sie so ein bisschen alles bringen. Das möchte ich sozusagen auch machen. Nur, dass ich sozusagen, ich nehme es jetzt gerade wieder in dem Beispiel, Teasy Schubech und Oropoorski, dass ich den ihren Haupt-Kanal und den 2-Kanal vereine. Sprich, ich habe ein Haupt-Content, Haupt-Content, das wird Formel 1 bleiben. Ihr seht fast jeden Tag Karrieren oder sonst was. Das wird der Haupt-Content bleiben. Ganz, ganz arg wichtig. Also, ja. Aber, wenn ich Reactions mache auf irgendwas, werden auch Reactions kommen. Das ist mir ganz arg wichtig. Ich will, dass ihr eine Anlaufstelle habt hier für alles. Es werden Reactions kommen. Es werden auch mal, wenn es mal irgendwann mal wieder sein wird, mal ein FIFA-Turnier oder so kommen. Ganz klar. Aber natürlich der Hauptpunkt wird auf FIFA sein. Äh, auf Formel 1, ganz klar. Vor allem, wenn das neue Formel 1 jetzt auch rauskommt, werde ich mich dann natürlich noch mehr drauf fixieren. Da habe ich auch schon ganz, ganz viele Sachen vorbereitet. Ich bin allgemein gerade dabei, eine neue Serie ins Leben zu rufen, wo euch, glaube ich, sehr, sehr krass gefallen wird. Äh, viel Interaktion mit euch auch. Und deshalb ist, das ist auch gerade alles so geplant. In den Streams werden wir natürlich nicht nur Open Lobbys machen. Wir werden, wie gesagt, auch Reactions machen. Oder, wenn wir mal Lust haben auf einer Among Us-Runde, wird das auch im Stream kommen, genauso wie als Video. Das wird hier auf diesem Kanal so kommen, wie es auch sein soll. Sprich, Haupt-Content Formel 1. Es kann aber alles andere dembei noch kommen. Aber wird niemals die Formel 1 überschreiten, wenn ihr versteht, was ich mache. Ja, ich sage mal so eine schöne 60, 70, 30 Mische, 60, 40 Mische, der Großteil Formel 1, der Rest, das, was halt kommt. Es kann mal ein Vlog kommen, es kann mal ein Reaction-Video kommen oder sonst was. So wollen wir sechs Tage die Woche den Upload füllen. Ihr könnt jetzt reinschreiben in die Kommentare, was ihr allgemein für Serien ihr euch wünscht oder was für Reactions. Ich habe auch kein Problem damit, auf irgendwas zu reacten, wo wir eine ganze Serie daraus machen können. Ich habe mir auch überlegt, ein Doku-Sonntag zu machen. Dass wir uns Dokus anschauen, am Sonntag im Stream und das dann einfach auch als Video hochladen. Ich finde sowas interessant mit euch zusammen. Ich finde sowas cool. Deshalb schreibt mir das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr, sehr, sehr interessieren. Dann, was kommt zum neuen Formel 1? Ganz klar, wir werden zwei, drei Jahre Karrieren starten. Wir überlegen, eine VR-Karriere zu machen. Und eigentlich alles, was das Spiel hergibt. Wir werden natürlich F1 live bringen. Wir werden Verlosungen machen. Wir werden Turniere wieder starten. Es wird dann ganz, 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 ganz aktiv kommen. Stay hybrid. Und, ähm, genau. So, dann, das nächste Thema. TikTok. TikTok und Insta. Wie ihr seht, laden wir TikTok und Insta hoch. Schaut in der Videobeschreibung. Lasst ganz, ganz, ganz viel Liebe da. Da laden wir jeden Tag zwei TikToks hoch. Jetzt aktuell noch eins, aber bald wird es hochgesetzt auf zwei TikToks pro Tag. Und ich feiere es extrem. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich feiere es gestört. Geht's sehr, sehr, sehr gerne drauf. Den Support, den ihr da, da lässt, das ist unheimlich. Muss ich wirklich auch mal Dankeschön sagen. Ähm, bevor die Leute sagen, Herr, ich hab gedacht, du streamst Montag. Ähm, gestern konnte ich einfach noch nicht streamen, weil ich das jetzt gerade hier alles mache und nicht noch viel vorbereiten muss und so weiter. Deshalb geht das einfach nicht. So. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, schreibt das mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ähm, wie gesagt, wir versuchen die Video-Upload-Zeiten von Montag bis Samstag um 16 Uhr jeden Tag einzuhalten. Ähm, wird auch zu 99 Prozent klappen. Und ich küsse jetzt schon mal euer Herz. Ich bedanke mich vielmals. Und ciao.